So, nehmen wir sein Kisten? Ne, haben wir doch hier. Noch mehr Hofweisen. Weg, weg, nix mehr. Also das ganze Ding war hier eine Sackgasse? Nein. Oh, das Juwelenei, das sollten wir für den alten Mann bekommen. Das war schon mal einfach. Und dürfte bestimmt gut Gold und Erfahrungspunkte geben, die wir auch sehr gut brauchen können. Also beides. Äh, 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 da steht was im Weg. Kann, ah, jetzt, okay. Das ist wohl nur eine Aussichtsplattform. Und die greifen uns durch den Boden aus an. Äh, also andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Okay, bewegt sich nicht. Ähm, okay. Dann halt hier lang. Ah, hier. Oh. So, und, so, und, so, und, so, und, so, und, so, und. Weg mit dir, bevor du uns verfluchst oder sonst irgendwas. Wow, okay. Weg. Weg. Und dann probieren wir die. Nur dauernd. So. Alle ganz schön dicht gepackt hier. Nicht fliehen, nicht fliehen, nicht fliehen. Einfach nur sterben. So, kaputt, kaputt, kaputt. Weg. Weg. Was für Schrift holen sie das hier eigentlich immer? Tote auferwecken. Okay. Ich will das Brummen ausstellen. Oh, Drachen. Noch eine Drachen. Ist das eine Verbindung? Nein, okay. Die. Komm, runter. Ja, komm. Komm, runter. Können wir nicht so anhauen? Oh, wir können hochspringen. Warte mal. Alle hopp. So, viel besser. Irgendwo schießt noch irgendwas von irgendwo durch auf uns. Also, Drachen. Nee, keine richtigen Drachen. Und Flugwechsel. Okay. Wollte schon nicht sagen. Wäre doch ziemlich gersig gewesen. Da geht's runter. Nee, ich will nicht runter. Ich will eigentlich erst mal versuchen, hier die Hauptrunden freizubekommen. Genau. Kommt sowas zum Beispiel. Danke, zurückzu. Ein, zwei Tüten und dann wieder Rückzug. Oh, bin ich. Komm, 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 komm. Zauberung sind aus. Ah, Heilung war auch drin. Okay. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg Müssten wir in Nahkampf. Doofes Ding. So. Wo ist der Ausgang? Wir müssen schlafen. Genau da beim Burm. Hier ist die Ohneausgang. Raus, raus, raus. Ich will vom Burm weg. Nichts wie weg. Genau. Ruhe. Sehr schön. Schlafen. Trinken, 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 trinken. Tag der Schutzes. Tag der Götter und töten. So. Also hier war definitiv Sack. Können wir da rein? Nochmal. Was sieht es aus, wenn man durch könnte? Das klappt nicht. Ne. Okay. Ja, hilft nichts. Also müssen wir weiter hier aufräumen. Und hoffen, dass wir irgendwo einen Bereich leer bekommen. Um dann später hier so ein Auffassen zu können. So. Weg, 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 weg. Oh, da ist ein großer Ball. Hau, 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 hau. Hier stoppt wieder das nichts. Da muss ein bisschen Flächenschaden her. Da muss ein bisschen Flächenschaden her. Funkenflug. Und Prismenfeuer funktioniert hier wieder nicht. Weil Burgkriegsbayer nicht als in zählt. Nicht Elektro-Schockbüste des Wahnsinns. So. Hauen. Kannst du denn noch irgendwas Produktives für uns machen? Ja, eine Heilung. Die. Das soll erst mal reichen, ein Gruppenschaden. Jetzt hauen wir uns weiter durch. Ja, klappt ganz gut. Also erst mal den Gruppenschaden weichklopfen. Und dann ist so weg und weg. So, hier oben drauf. Zwei von euch. Warte mal. Ali-Hops. Was den Schaden angeht. Und, äh, jetzt sehen wir nicht so wirklich gut aus bei uns. Au. Du, ey. Ganz ruhig. Du. Da. Das war nicht nett. Vor allem ist das hier auf die ganzen Zauberpunkte weg. Hm. Hm. Schon wieder schlafen. Ah, das ist nicht schön. Oh, na gut. Wir. Gehen raus. Gehen nach Kriegsbeier. Also zum Dorf Kriegsbeier. Und geben jetzt mit der Quest ab. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Richtig. Du. Und ein Heilender Arm. Schlafen. Fliegen. Und das war am Süden. Komm, wir wollen nicht so gut raus. Hier wegen dem Vulkan. So, okay. Also südöstlich. Oder eigentlich sogar östlich. Also, Ei abgeben. Trainieren. Ja, doch mal Punkte verteilen. Was mit dem Schaden geht echt gar nicht. Wir müssen unbedingt mehr Schaden machen. Also nicht unbedingt in den Zaubern. Weil da, äh, müssen wir sehr, sehr viele Fähigkeitspunkte einsetzen, um überhaupt noch irgendwas zu reißen. Aber vielleicht bei den Nahkampf-Skills. Also auch bei Lei und Talana. So, wo war der Eimann? Hier. 5000 Gold. Ist doch albern. Geht's jetzt in den Stufenaufstieg? Ja. Gut, springen wir kurz zu unserem Lieblingslehrer. Da hin. Geschlossen. Oh, zwei Stufenaufstiege. Okay, für manche. 1407. Ernsthaft? Können wir nicht hier irgendwas töten und dann... So, also. Geht doch. So, also Punkte verteilen. Und Sachen verkaufen. Und Sachen verzaubern überhaupt mal. Das vergesse ich viel zu häufig. So, plus 5 Intellektum Charisma. Was hast du für einen Handschuh? Du hast absolute Grütze als Handschuh. Das weg damit. Das kann weg. Die ganzen Sachen können alle... Nein, die Amulette vielleicht nicht. Ah doch, kann alles weg. Die Bank haben wir auch noch Gold. Aber das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin. Weg, 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 weg. Die ganzen billigen Rüstungen, die nicht oberste Stufe sind. Also nicht das goldene Zeug. Weg und das, ne? Sowas zum Beispiel. Das verkaufe ich jetzt einfach so. Da achte ich nicht mehr drauf, wie toll das ist. Einfach nur noch weg damit. So, raus, raus. Pugen kann weg. Pugen kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das sollten wir uns mal angucken. Siegesaxt. Plus elf. Was machst du? Auch plus elf. Die kann verzaubert werden. Du, verzaubern, Siegesaxt. Plus eins bis sechs Feuerschaden. Ich kann keine Axt in der zweiten Hand nehmen, oder? Schwert. Erlaubt ein Schwert in die linken Hand zu führen. Ne. Okay. Plus fünf Stärke und Ausdauer ist nicht so gut wie eins bis sechs Schaden. Denn wir haben schon tierisch viel Stärke und Ausdauer. Also kann die Axt auch weg. Gut. Verkaufen. So. Snaggles Axt bleibt da, wo sie ist. Punkteverteilung. 50 Punkte hast du. Du hast schon Axt recht viel. Ja, okay. Bei Gerogon bringt es nicht wirklich was. Bei dir. Du könntest... Du könntest als Bogenschützel mal Bogen auf über fünf bringen. Aber das bringt nichts mehr. Wir benutzen keine Bögen. Wir benutzen bald was anderes. Ähm. Können Konditionen bei dir erhöhen. Reparieren können wir schon auf Meister bringen. Ja, hier. Dolch. Bring mal Dolch bitte auf sieben. Und versuchen Meister zu werden. Und du erhöht Keule einfach mal auf. Wir wollten eigentlich Schatten bei dir erhöhen, ne? Ja, da war was. Kinkalitzchen. Können alle... Ja, obwohl die... Wiederbelebensschriftrollen... Kann ruhig mal zueinander behalten. Für den Fall, dass Lay irgendwann umkippt. Die kriegst du für deinen Schatten. Weil wir da aus Versehen gerade verklickt haben. Da. 13 Punkte. Schatten. Schatten. Ähm. Nimm, 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 nimm. Speer. Wenn wir es jetzt erhöhen kriegen, haben wir jeweils einen Schadensbonus. Und einen Treffsicherheitsbonus. Was echt nicht viel ist. Ja, es ist doof, dass man später nicht so wirklich, wirklich mächtiger werden kann. Also ja, mit jedem Punkt wird man einen dicken Stärke, aber es hat nur so ein kleiner Fizzeltick. Ne. Mach mal Lernen auf 7. Lernen auf 7. Lernen auf 7. Dann kriegen wir zwar... Also wir verwenden jetzt Skillpunkte, um mehr Skillpunkte zu bekommen. Das rentiert sich jetzt allerdings schon fast gar nicht mehr. Weil wir nicht mehr so viele Level bekommen werden. Aber wir bekommen wenigstens noch ein paar Level. Und so bekommen wir dann zwar nicht so viele Skillpunkte, wie wir hätten haben können, wenn wir die Skillpunkte nicht für Lernen benutzt hätten. Aber wir kriegen mehr Lebenspunkte und Zollpunkte. Weil wir mehr Level haben. Und das ist mir gerade wichtiger. Dann dauern die Kämpfe zwar ein bisschen länger. Aber wir haben ja gerade selber herausgefunden, dass wir nicht so viel mehr Schaden machen können, selbst wenn wir Punkte investieren. Kapitän 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 Kapitän